Herzlich Willkommen zur anderen Folge von der Karte in den Thüringen. Und vorweg einen schönen Dank an alle, die fleißig zuschauen, fleißig abonnieren, fleißig kommentieren, nehmen wir noch zu. Fragen, Anregungen, Tipps haben wir gerne gesehen. Wir machen jetzt weiter auf Feld Nr. 11 und sehen weiter Mais aus, als Mission. Mittlerweile haben wir im dritten Fahrzeug nachgefüllt. Feld 19 ist gerade fertig, da musste ich was frisch ausgesäte, was schon gewachsen ist, nochmal nachsehen und dann war die Mission fertig. Ich ahne Schlimmes für Feld Nr. 11, aber da werde ich einfach mal die Wachstumstufe abwarten. Vielleicht wird dann ja hinterher entsprechend auch gut abwarten. Weil dies, was schon vorher gemacht wurde, will ich nicht um den Blick nochmal machen. Weil das ist halt irgendwie blödsinn. Müssen wir schnell rüberfahren, damit wir weiter machen können. Dann können wir den anderen Traktor von 19 zum Hof zurückholen und auffüllen und die nächsten Felder starten. Dann soll es auch mit der Mission Aussaat auch mal gut gewesen sein. Dünken werden wir noch machen wahrscheinlich, wenn sich das anbietet. Aber mal schauen, ist noch nicht so weit. Immer kurzfristig entscheiden. Dann können wir den Mund nicht lange vorausplanen. Wie war es denn auf Feld Nr. 13 schon, was gewachsen war? Nachdem die Düngeaufgabe erledigt war? Da wird es noch mal wachsen, bestimmt. Wir müssen hier einen anderen Traktor haben. Überladerwagen wäre ganz praktisch gewesen jetzt. Also mit zwei, mit einer Fugel, alle, beiden voll gekommen. Oder drei. Also das hat schon gewachsen. Das zählt dann ins Haushalt nicht. Aber das machen wir nicht. Vielleicht ist dann hinterher auch einmal fertig, wenn es nächstes Mal wächst. Wir können dann die Geschwindigkeiten erhöhen, sobald wir die Aussaat fertig haben. Beziehungsweise können wir auch rumgehen. So. Hinten nicht, da musst du rechts fahren. Ich habe die beiden getauscht. Weil das wird dann nichts an die Reihenfolge hinhaut. Dann wird der gleich losgeschickt auf dem nächsten Feld. Wir haben ja auch noch ein Feld. Und zwar die 49. die 49. Die 49, ja. Jetzt wird es fertig. Ich muss unsere Beine taktende aus der Kuhlen. So klappen wir mal ein, starten wir mal den Motor und dann fahren wir schnell zum Feldenbo 49. Das sind unsere alten Felder fertig kriegen hier. Oh der ist ein bisschen schwach, nix für bergauf. Das ist nicht gut, nicht verkaufen, da sollte er mindestens die fruchtigkeit einfach nicht. Steh auf dem Blech, Bootanschlag, naja jetzt gehts. Hier müssen wir den Terraforming betreiben. Oder ich werde das Futtermischwerk nochmal ansetzen. Weiß noch nicht genau wo. Weil er letztlich auf dem höchsten Punkt macht er alles auf seinem hohen Niveau fertig. Und das ist dann hier nicht mächtig und das geglückt. Wir müssen auf die 12 R49. Da haben wir noch etliche zu tun hier. Gut, dass wir kein Wasser fahren müssen. Dann wird noch weiter reichen. Ich denke mal. Dann wird schon wieder Regen. So. 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 Mal schauen. So. Mal schauen. Rechts. Schaut schon gut aus. So. Mit dem Mais. Kannst du mal mal sehen. Super. So. 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 Die Sonne scheint, da oben. So, da sind wir, 49. Wo ist die 48? Man fällt zu weit. Wird schon gut auf Hafer. Ich glaube es ist Hafer, glaube ich. Ich hätte gerne nicht gemacht. Na gut, wir sind gut auf. Da sind wir. So, Hausansicht. Kurzgenerierung. Noch 40. Auf. Ja, zwei vorgewendende Buchzeuge sind. Ja, geht schon. Und auf geht's. Wo war er fertig? Der war fertig. Und lassen. Dann bin ich ja gespannt. So, was für Felder noch zu machen? Was für Felder? Also, da oben war nichts mehr. Da unten waren so einige. Und zwar... 22. Ne, 19. Leider ist unser... Die ist leider leer. Wollen wir jetzt fahren. Wollen wir das noch zu machen? Das andere ist ja da an der Ecke. Bei uns oben. Dann machen wir die 22. Reinklappen. Gut, dass hier... alles kaputt geht. Ja, links ist zu Ende. Hat uns schön getäuscht. Wollen wir nicht, weiß. Oder gar nicht. So, wir fahren jetzt da oben lang. Gut. Müssen wir auch hinkommen normalerweise. 22. Boah, lohnt sich fast gar nicht in den Feldern. Da war wieder wohl angenommen. Eine kleine Kalbe aber schon. Das kürzen wir hier ab. Ja. Gut, so tief gehen. Mit durch den Busch. So, wo sind wir jetzt hier? Bei der Blauenplantage. 22. Mensch, ich bin aber weg vor der Nase. So. Was wollte ich hier rein? Was ist da so ein Kuss drauf? Das sieht doch gerade so klein aus. So, hier sieht man heil. So. Was wollte er haben? Schon wieder Mais? Haben wir drinne? So. Da ist das Löffel nicht. Ja. Dann . Abhängigenreifeln. Eben Gerät. Aufmer V-Granialo. O. 3. OK. das ist doch verkehrt neuer versuch ok dann kann der zurück der war fertig und fast leer das ist das Problem er hat immerhin zwei Felder geschafft erstmal zum hochfahren mal sehen wo sie durchkommen oh ich sehe nichts der Baum muss hier grün mal kurz gucken hier fahren wir mal rechts rum müssten eigentlich mal Händler sein oder da werden sich die Nachbarn noch freuen Versicherung melden ich habe einen Handwerker macht neu er hört sich mein Händler das ist anders ja jetzt weiß ich wo wir sind graus rüber graus rüber graus rüber wie gesagt anfangs war ich nur hoch 3 und kaum woanders ja brauchst sie auch nicht verkaufskosten in der Nähe schau mal hier fährt 54 an den Dreh oder ähnliches da oben ja drei Emissionen auch schon zu voll ja 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 Ich glaube wir mal von vorn ran fahren, richtig rum in Anführungszeichen, jetzt war links der Kerl. Der Zug fährt, so wir vorweg machen, so komisch gedünglich. So, 54 war glaube ich, 54, 46, 55, 54, 55 ist gut, hatten wir auch mal gehabt, anfangs. So, zumachen, nicht sehen, jetzt haben wir die 54, Gas geben, das schaffen wir heute noch. Was ist das Wochenende auch hier vorbei? Ist ja auch so ein Scheiß. Ah, von YouTube kann man nicht leben, das kann man glauben. Das ist ein schönes Hobby, aber mehr ist es auch nicht. Von Leben dann ist es unwahrscheinlich. War auch von mir aus nie geplant, irgendwie hier Geld zu verdienen. Als es wären die Unkosten, wenn man da wieder was rein bekommt, aber ich denke mal in den nächsten zwei Jahren wird sich hier nichts ändern. Die Mitgliedschaft, was da drin steht, auf 1000 Abonnenten, das mache ich sowieso nicht. Weil extra Dinge mache ich nicht. Wäre auch Quatsch. Wäre auch Quatsch. Wäre auch extra machen. Ja und Werbung, vorläufig mache ich das nicht. Ich könnte es schon freischalten, ja, aber nein, nein. Das sind noch viel zu wenig. Das wird sich gar nicht lohnen. Dann hätte man am Ende mehr Ausgaben durch, äh, oder mehr Arbeit durch, äh, der Steuererklärung oder so. Also Scheiß. Als die Einnahmen gar nicht rechtfertigen würden. Ne, also erstmal vorläufig ist das nicht geplant. Finanziell ist das hier rein, das Hobby. Ich sag mal, äh, ich hätte die Technik vielleicht so oder so gehabt. Ja, wahrscheinlich eher garantiert genauso. Einziges, was ich nicht gehabt hätte, wäre, äh, es ist das nicht mehr so hoch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So. Hier war, was wollte er hier überhaupt haben? Speichern wollte er. 54 wollte er. Hafer. Gut. Hafer ist gut. Hatten wir schon gehabt? Da habe ich schon getippt. Hafer. Gut. Hatten wir schon gehabt? Hafer. Kursgenerierung. 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 Kurs. Und fertig. Einstellen. Kursgenerierung. Ja, das wird mir ein bisschen spanisch, aber hier wie gesagt, weil er kennt das nicht so. Der ist frasi bei. Und da muss er mal gedüngt werden. Und dann ist der auch schon mit durch. Der hat noch genug drinne. Was für ein Feld könnte man jetzt machen. Da sind wir bei. Da ist auch mit bei. Okay. 29. 29. 29 ist hier unten irgendwo. 24. 23. 28. Ach du dicker Neuer. Ah, da unten. Überhaupt mal auf der Welt. Entschuldigung. Aber da glaube ich jetzt eine Zeitmaschine haben müssen. Da fahren wir glaube ich immer hier zurück. Der braucht noch ein bisschen hier. Der zweite. 告訴 wir. Also kommen wir nicht aus. Teilen oder guns Pain100 spenden. Mehr Masbrahim200. Das sind ja dann noch mal kurz drauf. Aber das können wir auch starten und zeigen Schönes ist. Dann werden wir sehen. Wenn wir später hier entsprechend ... Wachstum durch geht. So erkennt er das nicht an. Das alles das wir gewachsen ist ist erkennt dann nicht an. Das ist leider so, wenn wir halt ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Glück, wird es reichen. Ja, mit vier Fahrzeugen wäre es vielleicht besser gewesen. Aber gut, es ist nicht mehr. So, Richtung 29. Jetzt können wir die Hauptklasse fahren. So, Sattelprozessor. Spiel bei 16 Prozent. Die Grafikkarte ist bei 22. Aber da verstehe ich nicht, warum es so wenig Auflassung ist. Keine Ahnung, warum es so ist. Wenn ich Bildbearbeitung mache, oder hier Videobearbeitung, dann stellen wir mal 80 Prozent hoch. Aber hier bei 34. Nun Grafikkarte. Das wird Technik. Und ich fahre an maximaler Stufe. Also, mehr geht nicht. 36 FPS. Fürs Auge reicht's. So, wir müssen mal schauen, wie groß das Feld hier ist. Hier sind wir eigentlich mit zwei Fahrzeugen sinnvoll. Das muss hier rein. Wir brauchen noch eine Weile, aber auch fast fertig. Ja, das sind zwei Fahrzeuge nutzt sinnvoll. Ne, da wollen wir hin gucken. Und der will Gerste haben. Gerste. Dann machen wir gleich Gerste. Es wird nicht spät. Wir brauchen noch einen zweiten Taktor. Der macht gerade mal die erste Runde. Und der ist... auch nicht fertig. Und eher der fertig werden. So, liebe Zuschauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Auch allen Dank an neuen Abonnenten. Neu... Neu neu, ne? Ja. Puh. Dann sag ich mal tschüss und Winkelwinkel. Kommentieren nicht vergessen. Freut euch noch sein. Tschüss und Winkelwinkel. Ja, tschau, tschau. Man sieht sich vielleicht morgen zum nächsten Folge. Tschüss.